Wir sind seit 2011 bei Remax. Ich erfahre auch im Vertrieb, aber in einer anderen Branche tätig, aber habe schon immer mit Kunden gearbeitet. Weil Remax die Nummer 1 ist in Österreich und wir nach Marktrecherche befunden haben, dass das der beste Partner für uns ist. Ein sehr interessantes Business, wo man mit Einsatz sehr viel erreichen kann. Mein größter Vorteil ist die freie Zeiteinteilung. Ich habe eine große Familie und kann das sehr gut verbinden. Ich verkaufe sehr gerne und ich arbeite sehr gerne mit Menschen und mache Menschen gerne glücklich. Bedeutet mir sehr viel. Ich möchte erfolgreich sein in dem, was ich tue, sowohl privat als auch im Job. Die klare Nummer 1 in Österreich. Auch dahingehend, weil sie immer wieder sogenannte Game Changer entwickelt und wir dadurch ganz vorne im Markt immer dabei sind. Eine Leidenschaft. Jede Immobilie ist anders, jeder Kunde ist anders und das macht dieses Business einfach sehr spannend. Das Wichtigste ist, man muss fleißig sein. Man muss immer wieder an seinem Ziel arbeiten und ich glaube, dann kommt es irgendwann von selber. Inístele Unsicherheit. Nächster nivel. Wer holt den Markt, und Schicksal Untertitelung des ZDF, 2020